War das... Nein, hier unten war das nicht. Das war der Teddy im Bus. Der Teddy im Bus war das. Der Teddy im Bus. Äh... Wo war der Bus nochmal? Ah, ja. Ich war schon richtig. Der Bus war... Welcher Bus? Äh, der Bus mit den Leuten, die das interessiert? Aha. Was kriegen wir? Ein Halsbandfragment. Okay, also das heißt, hier haben wir jetzt gefühlt alles erledigt. Jetzt können wir den Eisbären in der Bank... Klick, 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 klick. Das ist eine echte Klickorgel hier. Ah, ja. Okay. Ja. Ähm... Pfeil und Bogen. Irgendwo gab es einen Punkt, wo unsere Protagonistin sagte, oh ja, da brauche ich richtige Einbrecher-Ausrüstung. Ah, hier im Palast. Am Ende, da, bei dem Balkon. Chip. Plonk. Funktioniert. Das ist ein Wimmelbild. Ah, yeah. Feder. Zwei Eidechsen. Was? Perle. Zwei Fische. Mond, Schuh. Blume mal vier. Nadelsporn. Zwei Igel. Netz und zweimal Fingerhut. Klebeband auf Kopf. Ja, Feder. Das. Was? Das war ein Fisch. Oh, hier. Müssen Sie mal, dann haben wir hier genau das richtige Fisch. Das war ein Sporn, oder? Ja, das war ein Sporn. Was für ein Heißsporn. Klar. Klar. Eine zwei Meter große Nadel, damit Riesen sich auch die Hose reparieren können, wenn da mal ein Loch drin ist. So gut. Ich mach noch, ich mach noch zehn Minuten und dann, da ist die Perle. Ich mach noch zehn Minuten und dann ist hier Schluss. Die Blume kommt mir bekannt vor. Das gab's. Der Igel. Der Igel. Äh. Wohin zeigt der Finger denn? Boah. Eidechse? Noch eine Eidechse? Da ist ein Igel. So ein Zeichentrick-Igel. Der Mond. Natürlich. Was war das? Fisch. Eigentlich eher Fisch-Skelett. Hm. Das war der Fingerhut. Das ist so dieses so, oh ja, guck mal, du hast einen Fingerhut gefunden, dann findest du doch bestimmt auch noch den zweiten. Äh, nein. Da ist eine Blume. Das hier suchen wir nicht. Nicht die Feder oder das Ding. Da ist eine Eidechse. Ein Schuh und ein Fingerhut. Ein Schuh und ein Fingerhut. Hm. Schuh und ein Fingerhut. Wann denn hier bitte ein Schuh versteckt sein? Die trollen mich doch wieder. Da ist der Fingerhut. Ah. Und wo ist der Schuh? Haben sie den Schuh miniaturisiert und dann ist es ein Babyschuh oder was? Die kleinen Schuhchen von den beiden zählen nicht. Hier unten auch nicht. Ah. Wo ist denn der Schuh? Da. Gut gemacht. Vielleicht ist es noch nützlich. Eine zwei Meter große Nähnadel. Yay. Ähm. Yay. Yay. Kehre zur Spitze des Funkturms zurück. Gehe zu der Studentin und untersuche ihn Ohrring. Ah. Mit der Nadel. Können wir den Ohrring knacken? Schwupp. 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 Wir müssen jedes Mal diesen Knopf drücken. Ich wünschte mir, da gäbe es eine Möglichkeit, diese Zwischensequenz zu überspringen. Weil wir nur wegen ihrem Ohrring hier sind und mit der Zwei-Meter-Nadel ihren Ohrring kaputt machen. Popel, Popel, Popel. Huch. Versehentlich habe ich ihr ins Gehirn gepikst. Äh. Sag mal, was war das denn gerade? Hm. Bevor ich das Mädchen rette, muss ich die Rosen unschädlich machen. Ja, ich weiß. Aber kann ich das nur hier angucken, weil hier noch ein Frosch versteckt ist? Oder? Die kann man auch nicht runter, weil man ja den Knopf drücken muss, um mit dem Fahrschluss zu fahren. Es geht... Warum auch... Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, jetzt haben wir die... Ein Ohrring. Hm. Könnte der in dem... Dings hier in diese eine Vitrine passen? Nein. Nö. Okay. Hier oben gibt es ja gerade nichts. Da brauchen wir irgendwas, um den Kamin sauber zu machen. Hier, diese Szene ist auch völlig überflüssig, weil hier auch nichts mehr ist. Was? Achso, ich dachte schon, da gucken mich zwei Augen an, aber... Ist hier ein bisschen gruselig gewesen gerade. Ah. Was sagt denn der Frosch? Keller der Kirche? Regal voller Schädel? What? Ja. Ah, der O-Ring. Was? Awesome. Warum steht awesome in seinem Kopf? 46. Uns fehlen noch vier Stück. Das heißt, das Spiel Kachel mit Ritter. Ähm... Wo waren denn diese Kacheln? Ja, auf dem Schild. Na Gott. Klicke auf die Kacheln, um sie umzudrehen. Drehe die Kacheln so um, dass nur noch Helme zu sehen sind. Hm. Hm. Mist. Hm. Ich bin nicht gut in solchen Spielen. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Ich bin nicht gut in solchen Spielen. Habe ich das schon mal gesagt? Ah. Menno! Das kann doch alles nicht angehen hier. Jetzt habe ich zwei übrig. Das war, glaube ich, nicht so richtig gut. Es sind immer mehr. Hm. Toll. Jetzt ist nur noch einer. Ups. Versehentlich gelöst. What? Echt jetzt? Es waren nur gefühlt fünf Moves? Er ist in eine schreckliche Falle getappt. Er ist dem Tode nahe. Um ihn zu retten, muss ich die Rosen vernichten. Und wir nehmen ihm erstmal die... Ist das einer der Programmierer oder was ist hier los? Okay. Äh, was? Den Ast können wir nicht mitnehmen. Da können wir nicht, weil... Doch, wir haben ein Messer. Wir können... Okay. Ich sage nicht, dass das ein Wimmelbitte ist. Doch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das ist das Letzte, was ich mache. Danach ist Aufnahmepause und Streampause. Nicht wundern. Das hier ist der Stuhl, auf dem ich sitze. Der knarzt immer so. Wir suchen zwei Ventile. Eins. Und... Äh... Ähm... Ja. Mach mal so easy. Die Schraube suchen wir auf jeden Fall. Und den Schlüssel suchen wir. Und den Basketball suchen wir. Was? Das suchen wir auf jeden Fall. Den Pilz bestimmt auch. Den... Nicht den Vogel, den Staubsauger. Ah, mit dem Staubsauger können wir in den Kamin kehren. Die Radieschen haben wir gesucht. Wir suchen noch ein Ventil, zwei Pilze, lufterfrische Pinzette, Trommelstöcke, Kaffee und zwei Bälle. Ähm... Das war ein Pilz. Das ist ein Ball. Fehlscheibe. Da! Das ist ein Pilz. Ein gefrorener Pilz. Wat? Lufterfrischer? So ein Duftbäumchen oder wat? Äh... Da war ne Kaffeebohne. Zahl 3 suchen wir ja nicht. Hm... Zeit läuft uns davon. Ich klicke überall drauf, aber lufterfrische Pinzette, Trommelstöcke und Ball. Da! Das ist der Dufterfrischer. Oh, lufterfrischer. Trommelstöcke. Die Gabel suchen wir nicht. Pinzette. Suche ein Ball. Ein Ball, ein Ball, ein Ball, ein Ball. Da war er. Aha! Erledigt. Gut gemacht. Wir kriegen einen Staubsauger. 10 Würfelbild 10 in Folge. Ohne Tipps abgeschlossen. Wir sind der Piekkönig. Mit dem Staubsauger gehen wir nochmal kurz aufs Dach. So. Ganz kurz. Das machen wir noch. Einmal kurz aufs Dach und hier einmal abgesaugt. Jupp. Da finden wir... Oh! Und ein Staubsaugerbeutel. Uh, ja. Ich glaube, in der letzten Minute schaffen wir noch ein bisschen was. Staubsaugerbeutel. Puzzleteil. Ähm, das Puzzleteil gehört in den... Links hier in das Tor. Ein, zwei. Komm, das ist das Letzte, was ich jetzt noch machen werde. Ich werde das Puzzleteil da einsetzen. Ja. Ja. Gut. Ähm, da ich jetzt nicht weiß, was ich noch mit dem Staubsaugerbeutel... Schwarzer Adler. Ähm, Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Nicht so schnell, nur Moment, Moment Nein, 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 zu weit, zu weit, zu weit Hier, da Plonk, nein, was, nein Wie, das geht nicht Weißer Adler, schwarzer Adler Nein, das, warum passt das nicht Warum, nein Ich dachte, damit können wir den jetzt öffnen Oh, Menno Na gut Jo Das heißt, das war's für heute Ich beende den Stream und für die Leute auf YouTube Favorisieren, abonnieren, liken Und es geht morgen weiter mit der nächsten Folge Für Leute auf Twitch Es geht nächste Woche weiter, keine Ahnung Dienstag oder wann auch immer Sonntag wird gestreamt, Indiana Jones Also, wer alles gemacht hat, denkt dran Wer abonniert hat, drückt die Glocke Und auf Twitch Immer folgen, dann wisst ihr, wann ich streame Ich sag tschüss, tschüss Bis zum nächsten Mal